Das sind verschiedene Brustkrebszelllinien, die heißen so. Da bei den niedrigen sieht man, da hat er schon eine relativ niedrige Menge von Gamma-Tocotrienol. Also das blaue war also Gamma-Tocotrienol für 48 Stunden. Das heißt also, 48 Stunden Gamma-Tocotrienol in der Menge, 5,5 Mikromol, hat die Hälfte von den Krebszellen gekillt. Wahnsinn. Und Tocotrienol gibt es inzwischen 400 Studien und es steht in jeder drin, starke Antikrebswirkung. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil, zu einer Serie, die mich wirklich aus dem Hocker holt. Ich habe den Experten hier, Ingo, schön, dass du da bist. Vielen Dank, David. Und dass du mir diese ganzen tollen Studien und das ganze tolle Wissen über Tocotrienol gebracht hast. Wir haben es in der letzten Sendung schon wirklich minutiös aufgearbeitet, wer sie sind, wieso sie besser aufgenommen ist. Tocofrohle, nämlich dass sie einfach geschmeidiger sind. Und haben jetzt gesagt, jetzt weißt du was, Ingo, jetzt darfst du endlich mal die tollen Studien sprechen lassen. Nämlich die Ergebnisse. Was passiert, wenn ich regelmäßig Hochdosen Vitamin E auftrage, in einer Form, die wir als Tocotrienol bezeichnen. Wir fangen auch mal vielleicht mit Auge- oder Hautkrankheiten an, weil du dazu jetzt nicht die Studien hast, aber wie gerade da im Vorgespräch drauf kam. Was passiert im Körper und wieso ist es gut für Haut und die Augen gleichzeitig? Ja, genau. Also wir haben mit Tocotrienol ein sehr gutes fettlösliches Antioxidant. Ganz genau. Es gibt eigentlich nur eins, ein gutes fettlösliches Antioxidant, das ist Vitamin E, das gibt es in verschiedenen Sorten. Eins, was man überall kriegt und ganz schlecht wirkt und gegenteilig wirken kann. Und eins, wo man richtig große Mengen essen kann ohne Probleme und das unglaubliche Wunder macht. Und wieso, fragt man sich. Ja gut, weil einfach viele verschiedene Zellen gefragt sind. Und dann, weil du die Geschichte mit dem Auge, habe ich dir erzählt, habe ich dir noch nicht erzählt. Und zwar, also folgende Geschichte kommt ein Freund zu mir und sagt, hast du da vielleicht was, weil die wissen, dass ich Tocotrienol zu Hause habe. Und dann, hast du da vielleicht was, der Augenarzt sagt, also das Auge wird immer schlechter und es gibt keine Behandlung. Also er hat keine Behandlung gehabt. Frau, die ist so, ein bisschen über 60 Jahre alt. Dann sage ich, okay, Makuladegeneration wahrscheinlich. Also Makuladegeneration, das ist so, das Auge empfängt natürlicherweise Licht, oder? Also dafür ist das Auge da. Ja, Auge ist immer offen, kommt, fällt Licht rein, auch UV-Licht, das macht natürlich den Sehzellen Stress. Die Sehzellen sind ja unheimlich dicht angeordnet in der Netzhaut. Und die werden natürlich durch dieses Licht, durch den Lichtanfall betroffen und geschädigt. Die brauchen einen Schutz. Aber in der Netzhaut sind keine Adern. Ist ja klar, da sind keine Adern. Aber wer da eine Ader in der Netzhaut, wo die Sehzellen sind, dann würde sie an der Stelle nicht sehen können, das Auge. Also funktioniert das so, der Augenhintergrund, der ist durchblutet. Und das Antioxidant, also das Vitamin E, muss durch Diffusion, das muss da so einfach durch das Gewebe. Ja. So, und das können die Tocotrinole natürlich sehr gut sein. Weil sie so beweglich sind. Tocotrinole ideal, weil die sich sehr gut durch Gewebe durchbewegen können. 40 bis 60 Mal werden die so gut aufgenommen wie das normale Tocopherol. Das heißt, es ist wirklich wieder eine neue Technologie quasi, die uns zur Verfügung steht, um neuzeitlichen Problemen auf den Grund zu gehen. Genau, und voll natürlich. Es ist in vielen Ölen drin, manchmal ausschließlich, manchmal nur so als Beiwerk und so. Die Natur will, dass wir das essen. Ganz genau. Und auch unsere Steinzeitvorfahren haben davon relativ viel aufgenommen durch Gerste. Gerste, ja, Gerste war ein Grundnahrungsmittel bei uns. Eine der ersten angebauten Pflanzen. Gerstenöl hat viel Tocotrinol. Weizenkeimöl? Natürliche Form. Weizenkeimöl hat leider wenig und viel Alpha-Tocopherol. Ah, sehr schön. Deswegen der Experte hier, man muss immer differenzieren zwischen den unterschiedlichen Tocopherol, Tocotrinol etc. Und deswegen liebe ich es, in Themen differenziert reinzugehen, sodass man wirklich auf die Details kommt, die das dann von allen anderen Produkten auf dem Markt so unterscheiden, dass es kaum mehr eins da rankommt, oder? Genau. Unterm Strich ist es so, also es gibt nur ein gutes fettlösliches Antioxidant, überhaupt Vitamin E. Also es gibt zum Beispiel Vitamin K, ist auch Antioxidant. EDK? Nee, EDK sind alle fettlöslichen. Ja. Und Vitamin K wäre jetzt ein Beispiel für ein interessantes fettlösliches Vitamin, wirkt als Antioxidant. Das ist aber im Mikrogrammbereich, also im Millionstel Gramm, nicht Milligramm. Also das heißt, davon kriegt man tausendfach weniger in den Körper rein. Das hat die ganzen anderen Sachen, die haben alle keine gescheite antioxidative Wirkung im fettlöslichen Bereich. Gut. Geht immer um Fett. Und die Augen werden also jetzt durch Diffusionen versorgt. Man kann sich das schon vorstellen, also bei Makuladegeneration, also bei einer Form jedenfalls, wachsen plötzlich Adern in der Netzhaut. Wachsen Adern. Deswegen können die Leute schlechter sehen. Wachsen Adern. Weil die versorgt werden sollen und dann baut der Körper die Adern rein. Ja, genau. Und jetzt braucht es nicht mehr, weil die Tocotrinole können sich zwischen den Zellen so durchmogeln, auf den Epidermis und den Lipidischen der Zellen einfach drauf sich setzen und dann weitergehen. Genau. Und das macht das Ganze viel geschmeidiger. Dadurch wird das Auge erstmalig, wieder seit langer Zeit wahrscheinlich, also ordentlich versorgt mit Antioxidantien. Und das war dann also tatsächlich so, also bei meiner Freundin, also ich wusste, es gibt Studien, dass die Tocotrinole gut gegen Katarakt sind. Es gibt Studien, dass es dagegen hilft, also das ist grauer Starr und gegen Makuladegeneration wahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, okay, das probiere ich und habe dir ein starkes Konzentrat gegeben. Das gibt es auch. Also wir haben da solche Flaschen, wo richtig, also da sieht man so richtig, das ist so ganz rot da drin. Wie viel ist das zum Beispiel jetzt, wir haben ja hier den Vergleich mit den anderen Pflanzen, genau. Wenn ich jetzt davon ein paar Tropfen nehme oder wie viele Tropfen sind jetzt zum Beispiel, dass ich auf diese... Also in dem hier sind in einem Tropfen 10 Milligramm Tocotrinol, in einem Tropfen. Ein Tropfen hat 0,033 Gramm. Wow, darf ich? Ja klar. Super. Und wenn ich jetzt Krebs habe, wie viel muss ich da am Tag aufnehmen und wie viel müsste ich von diesen Sachen hier essen? Also Krebs ist das höchste, schlimmste. Also für Krebs braucht man 900 Milligramm, da braucht man richtig viel. Da braucht man so ein Fläschchen alle 14 Tage. Ist doch gut. Naja, also ich meine, stell dir vor, was kostet Krebstherapien? Danke. Und was kostet das, was die Wirkung verdoppeln kann nach der letzten Studie? Auf die gehen wir bitte jetzt mal ein, weil jetzt müssen wir langsam mal zu den Studien kommen. Gehen wir es doch mal systematisch von Anfang an. Okay, eine Krebstudie. Also lass mal sehen. Okay, diese Folie hier. Ja. Also da sieht man jetzt, das sind verschiedene Brustkrebszelllinien, die heißen so. Ja, MDA, MB und so weiter, MCF. Also das sind Kulturen von Krebszellen, an denen man testet, wie stark irgendwelche Mittel, die die hemmen sollen, wirken. Und da bei den niedrigen sieht man, da hat er schon eine relativ niedrige Menge von Gamma-Tocotrienol. Also das Blaue war also Gamma-Tocotrienol für 48 Stunden. Das heißt also, 48 Stunden Gamma-Tocotrienol in der Menge, 5,5 Mikromol, hat die Hälfte von den Krebszellen gekillt. Wahnsinn. Ja. Ja, also das heißt, und deswegen findet man auch in jeder Krebstudie, und es gibt, wenn man eingibt, in der Forschungspublikation, unter den Forschungspublikationen, Cancer und Tocotrienol, gibt es inzwischen 400 Studien, und es steht in jeder drin, starke Antikrebswirkung. Also wenn es darum geht, also auch nur darum, ich möchte keinen Krebs bekommen, bitte. Ja, also ich meine, das kann man ruhig präventiv nehmen, weil das ist ungiftig. Im Gegenteil, das ist sogar in ganz anderen körperlichen Bereichen extrem essentiell. Und sollte sowieso genommen werden. Genau, für viele andere Zwecke. Ganz genau. Aber ich habe dir jetzt immer noch die Story mit den Augen vorenthalten. Ah, das ist gut. Weißt du, darf ich die noch zu Ende führen? Dann erzähl ich noch zu Ende. Also die Story mit den Augen ging also so, ich habe dir also eine Krebsdosis, also eine sehr hochdosiert, das hier empfohlen, und den Roller, ja, also wir haben ja auch die Tocotrienol zum Aufrollen, so, also hier diesen Roller hier, ums Auge rum, weil das auch von, damit das auch von außen funktioniert. Super. Beides habe ich ihr gegeben. Ja, und das hat dann ein paar Monate gedauert, und dann hat sie gesagt, ja, sie weiß noch nicht, und sie sagt, sie muss jetzt dann, auf einmal ruft sie an und sagt, ich war beim Augenarzt, ich kann jetzt zwei Tafeln mehr sehen. Zwei Tafeln? Ja, verstehst du, wenn die Tafeln, die man sieht, immer kleiner, immer kleiner, das hat mich glücklich gemacht. Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch. Stell dir mal vor, also, du kannst mit sowas so tolle Sachen bewirken. Absolut. Das ist das eigentlich Schöne, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, dass man damit wirklich was Gutes machen kann, und ohne was kaputt zu machen. Richtig, im Gegenteil, um gleichzeitig noch andere Sachen zu verbessern. Ja, genau. Fantastisch. Und zwar, also jetzt, wir waren jetzt noch bei Krebs. Genau, hast du da noch eine Studie? In der Eingangs, ja, also es gibt 400 Studien. Ja. Und wirklich interessant sind klinische Studien, also mit Menschen. Und das gibt dann, vor ein paar Jahren kam eine raus, wo Menschen, die eine Krebssorte haben, wogegen es keine Chemotherapie, also keine andere Behandlung gibt, ja, dann haben die, dann haben die denen Tocotrinole in einer bestimmten Menge gegeben, nämlich 400 bis 600 Milligramm am Tag. Und das Ergebnis war, die Zellen machen Apoptose, die Krebszellen machen Apoptose. Also es gibt einen Nachweis, nimmst du die Tocotrinole, sterben Krebszellen. Selbstmord, da haben die Krebszellen keinen Bock mehr zu sagen, ich sterbe lieber, anstatt mir den Scheiß weiterzugeben, sterbe ich einfach. Genau, es gibt auch eine Erklärung, aber damit möchte ich jetzt, die ich nicht belassen, das liegt an Senkung des Apoptose-Schwellwerts, ja. Also was die Tocotrinole bewirken und deswegen wirken die auch synergistisch mit Chemotherapie. Und das war jetzt die nächste klinische Studie. Hast du die auch hier abgebildet? Habe ich die hier, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das ist, ja, das ist so, genau, das ist so eine ähnliche. Die ist aber nicht mit Menschen, sondern mit Mäusen. Also in diesem Bild hier siehst du, also da gibt es jetzt Mäuse, die kriegen Vehicle, das ist die Kontrollgruppe. Okay. Also die gleichen Mäuse, die sterben halt alle, die nichts bekommen haben. Und dann haben sie Gemcitabin, also das ist ein gängiges Chemotherapeutikum, haben die bekommen. Siehst du? Ja. Schon viel besser. Schon viel besser. VEDT ist Delta-Tocotrienol. Ah. Schau mal, hat besser abgeschnitten wie das Chemotherapeutikum. Wahnsinn. Also wie groß die Menge, Konzentration war, man könnte vielleicht davon noch mehr nehmen. Stimmt. Aber in der Studie war das so, dass die Tocotrienole, und das war also eine relativ moderate Menge, tatsächlich viel besser abgeschnitten haben wie die Chemo. Und Chemo und Tocotrienole zusammen, noch besser. Also. Und bei der klinischen Studie, die mich so begeistert, die habe ich glaube ich da, die habe ich noch nicht, die ist aus dem gleichen Jahr wie die Folie. Vielleicht darf ich das sagen, ich betreibe eine Wissenschaftsseite für Tocotrienole, Tocotrienol.de. Werden wir darunter verlenken? Da findest du über die ganzen Themen einen kleinen Artikel von mir. Super. Und Links zu den Studien, kannst du alles nachschauen. Wow. Perfekt. Es gibt eine Sparte Krebs und da ist das erste, spannende Phase 2, klinische Studie. Und da kommt eben raus, Frauen mit Eierstockkrebs, also Kontrollgruppe knapp 30, 29 oder so Frauen, also im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die genau die gleichen Voraussetzungen hatten, auch die gleiche Krebsart und das gleiche Chemotherapeutikum mit Chemo. Die hatten im Durchschnitt schon vier erfolglose Chemos hinter sich, also hoffnunglose Fälle, aber Behandlungserfolg mit Tocotrienol doppelt so gut, Überlebensrate so lange doppelt so gut und auch Lebensqualität, es gibt so einen Lebensqualitätsindex für Leute, die von so starken Krankheiten betroffen sind, auch doppelt so gut. Also plus 98, also knapp doppelt so gut. Und da stellt sich schon die Frage, wenn das so gut ist. Es gibt auch ein paar Kliniken in Deutschland, die das machen, die die Tocotrienolischen einsetzen, um die Wirkung zu stärken. Und es ist relativ günstig, ja, das kostet vielleicht so Größenordnung 130, Euro im Monat, gut. Und was kostet eine Chemo, 5000 Euro? Und ich meine, es geht um mein Leben, oder? Wenn ich 10% höre Überlebenschancen haben, würde ich das machen. Bei mir geht es ehrlich gesagt um den Genuss, weil ich baue mir die Tocotrienol clever, wie ich bin präventiv in mein Leinöl ein oder habe es mir von euch einbauen lassen, dass ich jeden Mittag einfach den Genuss habe. Und so ist es bei mir, ich baue die Narine in meinen Quark, ich baue die Fermentationsprodukte in meinen Salat, ich baue die Spirulina als Dressing ein und dann esse ich diese Tocotrienol dazu. Oder ein geiles Rezept, wenn du das noch nicht probiert hast, Banane zu drücken und Leinöl drauf. Banane bin ich leider kein Fan mehr davon, ein langes Thema, aber ich trinke das aus der Flasche. Also das macht einen ganz erstaunlichen, tollen Geschmack, ist eine tolle Nachspeise da. Guter Tipp. Cool, okay, was haben wir noch für Studien? Hier hatten wir jetzt also die Krebsstudie, die hatten wir auch schon. Die Krebsstudie auch, ja, und ich finde eines der interessantesten Themen in unserer Welt ist der Kopf, das Gehirn. Ach, dann gehen wir erst zum Gehirn und dann zur Strahlung. Wie lange haben wir noch? Oh, wir sind schon wieder durch. Dann weißt du was, wir machen eine Sendung, wir machen eine Sendung zur Strahlung und Kopf im Anschluss. Ihr wollt wissen, was diese Tocotrienole noch so drauf haben. Ihr wollt wissen, wie euer Gehirn von innen aufgebaut ist, was das hier für Hirnscans sind und was unsere Experte dazu zu berichten hat. Bleibt dran zur nächsten Sendung mit Mr. Roh und Ingo zum Thema Vitamin E und Tocotrienol. Bis dann, alles Gute. Ciao. Freue mich drauf. 200 Milligramm THF-Sinn ist ein Tocotrienol-Rich-Fraction. Das ist ziemlich genau das, was da drin ist. Nach einem Jahr sind die um 21% kleiner gewesen. Also das heißt, es gibt schon eine Behandlung und die Behandlung ist Alpha-Tocotrienol. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.